Der DAX sträubt sich weiterhin die Korrektur auszuweiten, die Abwärtstendenz ist noch weiterhin intakt, aber Vorsicht, das kann sich sehr schnell ändern. Und damit herzlich willkommen zu meinem großen DAX-Wochenausblick, wo ich den DAX für euch einmal schadtechnisch analysiere, Szenarien für die kommende Woche aufstelle und auch einen Blick auf die US-Indizes werfe. Bevor ich jedoch mit dem Rückblick auf die vergangene Woche starte, ganz kurz der Hinweis zu meinem YouTube-Kanal, dort bin ich bis zu dreimal die Woche live und trade den DAX und den Dow Jones. In meinen systematischen Handelsstrategien und auch etwas diskretionäres Daytrading darf natürlich auch nicht fehlen, von daher, falls du gerade neu zuschaust, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen neuen Livestream und auch kein neues Video mehr zu verpassen. Dann starten wir zunächst mit dem Wirtschaftskalender, das hat ja ganz gut funktioniert, da den Blick zuerst drauf zu richten, dann haben wir das nämlich schon mal abgefrühstückt und die kommende Woche ist pickepacke voll mit wichtigen News. Wir starten am Montag Verhalten mit den Einzelhandelsumsätzen aus Deutschland, aber am Dienstag geht es dann schon los, allerdings nur Daten in der Vorabschätzung und zwar BIP aus Deutschland und die Verbraucherpreise aus Deutschland und am Nachmittag zwei sehr wichtige News, das CB Verbrauchervertrauen und die JOLZ Stellenangebote aus den USA. Dann geht es weiter am Mittwoch mit den Arbeitsmarktdaten aus Deutschland, ja wir bekommen noch Zinsentscheid der Bank of Japan und dann weiterhin Verbraucherpreise aus dem Euroraum in der Vorabschätzung, dann um 14.15 Uhr die ADP Beschäftigungsänderung und damit noch nicht genug, am Abend um 20 Uhr gibt es den FED Zinsentscheid mit der anschließenden Pressekonferenz um 20.30 Uhr. Es wird dieses Mal noch kein Zinsschritt erwartet, aber für die September-Sitzung liegt die Erwartung jetzt aktuell bei 88% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte und das wird vor allem in der Pressekonferenz interessant, ob es da schon Hinweise darauf gibt, wie die FED vermutlich im September entscheiden wird. Dann geht es weiter am Donnerstag mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, im Vorfeld noch die Zinsentscheidung der Bank of England, danach dann auch Einkaufsmanagerindex aus den USA für das verarbeitende Gewerbe und dann nochmal den ISM Einkaufsmanagerindex. Und am Freitag, wie soll es auch anders sein, der erste Freitag im neuen Handelsmonat August und es gibt dann die NFP-Zahlen um 14.30 Uhr mit den dazugehörigen Daten und das ist dann der krönende Wochenabschluss von einer Woche, die pickepacke voll ist. Zusätzlich finden weiterhin die Bilanztermine statt und da kann es dann von dieser Seite aus auch hin und wieder mal zu größeren Ausschlägen kommen. Nvidia hat ja in dieser Woche den Vogel abgeschossen, ich habe es nicht selbst überprüft, aber wurde mir zugetragen und von daher bleibt es weiterhin spannend und besonders für die kommende Woche. Dann gehen wir auf den Chart und schauen uns an, wie die letzte Handelswoche gelaufen ist und die letzte Handelswoche war ja semi-positiv. Zum Ende der Handelswoche gab es dann tatsächlich den Ausbruchsversuch auf der Unterseite. Ich habe hier eine aufwärts verlaufende Trendlinie eingezeichnet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie in der letzten Woche schon drin hatte in meinem DAX-Wochenausblick, aber diese Trendlinie bzw. eher die Zone zwischen 18.200 und 18.100 Punkte wurde getestet. Der Ausbruch scheiterte, erneut eine Stabilisierung in dieser Zone und dann ein erneutes Weglaufen von dieser Zone. Ihr wisst ja, ich bin kein großer Freund von Trendlinien, aber ich werde sie jetzt zukünftig immer mal wieder mit einbauen. Nicht, weil ich das als sinnvoll erachte oder ich jetzt eine neue Erleuchtung bekommen habe, aber ich weiß, manche von euch benutzen Trendlinien und ich möchte euch dann einfach zeigen, dass auf horizontaler Ebene, also auf Preisebene oftmals Clusterbereiche entstehen und dass dann horizontale Preisebenen genauso funktionieren. Und man kann jetzt argumentieren, ja, die Trendlinie hat gehalten oder die Zone zwischen 18.200 und 18.100 Punkte. Beides ist richtig. Von daher, weil ich diese Feststellung gemacht habe, habe ich dann vor einigen Jahren die Trendlinien konsequent bei mir rausgeschmissen, weil ich so oder so auf horizontaler Preisebene genauso gute Zone definieren kann. Aber nichtsdestotrotz, ich nehme sie gerne mit rein, damit ihr dann das zusätzlich als optisches Hilfsmittel habt. Ja, die letzte Handelswoche startete zunächst positiv und konnte sich weiter erholen. Allerdings, der letzte Hochbereich konnte nicht überschritten werden. In der Vorwoche startete der DAX ja oberhalb der 18.700, nachdem es wiederum in der Vorwoche den Ausbruchsversuch gab. Dort konnte sich der DAX nicht halten, er schlug dann direkt durch und in dieser Handelswoche gab es dann den Erholungsversuch. Dann erstmal, so wie es für Range-Phasen auch typisch ist, wieder ein Strukturbruch, also eine untergeordnete Trendwende. Und auch die konnte sich nicht halten, wurde dann wieder nach unten aufgelöst. Jetzt dreht das Ding wieder nach oben durch. Soweit so typisch für Range-Phasen und in dieser befinden wir uns jetzt noch, das sehen wir auch gleich sehr gut, in höheren Timeframes. Von meinem Trading her war es eine sehr ergiebige Woche und ein schöner Wochenabschluss. Im Juli haben wir jetzt noch drei Tage zu handeln. Und von der Rendite her des Live-Handels, ich habe ja den Live-Handel jetzt meiner systematischen Swing-Trading-Strategie auch im DAX gestartet, nachdem ich meine Strategie zuvor vier Monate im Demo validiert habe. Und jetzt ab dem 1.7. startete dann der Live-Handel in einem kleinen Muster-Echtgeld-Konto, um den Track-Record zu erstellen, also den Performance-Nachweis. Und die Ausbildung dazu wird dann entsprechend auch angepasst, dass dann die Ausbildung zur systematischen Swing-Trading-Strategie sowohl für den DAX als auch für den DAX gilt. Die DAO-Strategie bzw. die Umsetzung im DAO läuft ja jetzt schon fast ein Jahr mit inzwischen ca. 50% Brutto-Performance. Und im DAX ist jetzt ein sehr, sehr schöner Handelsmonat bzw. ein sehr, sehr schöner Start dieser Strategie im Live-Handel und zwar schon mit über 10% an abgeschlossenen Positionen. Und das Konto ist jetzt Stand Freitag auch flat, also da ging die letzte Position raus. Und somit haben wir eine sehr, sehr schöne Entwicklung jetzt schon drin im Juli, was dann natürlich schon mal einen guten Start darstellt. Falls ihr euch für die Ausbildung mit dem absolut fairesten Vergütungsmodell der gesamten Branche interessiert, wo ihr die Ausbildung mit den Gewinnen bezahlt, die ihr durch die konsequente Umsetzung meiner Strategie erzielt. Ich denke mal ein Blick lohnt sich, also der Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung. Dann geht es weiter mit dem Rückblick auf den Tagesschart, also die Szenarien der letzten Woche, somit die Wochenszenarien der letzten Woche und ja, weiterhin Rangehandel. Hier sieht man schon einigermaßen, dass jetzt hier lokale Tiefbereiche jetzt erneut angenommen werden konnten. Die 18.000er Marke ist ja der große Tiefbereich bzw. die große Unterstützung, wo es dann eine Entscheidung gibt auf der Unterseite, wenn wir dann Handel hier drunter sehen. Haben wir jetzt in dieser Woche nicht gesehen, obwohl wir in der letzten Woche schon ein latentes Short-Signal bekommen haben, aber das wurde dann erst einmal nicht bestätigt. So hatte ich in der letzten Woche auch gesagt, das beste Short-Signal ergibt sich, wenn sich diese Tageskontinuität weiter fortsetzt, aber am Montag wurde das direkt indigiert und somit war klar, Rangehandel bleibt weiterhin intakt. Somit hat der DAX erst einmal im Long-Szenario erster Teil gehandelt und dann im Short-Szenario zweiter Teil und so ging es dann die Woche hin und her und soweit so unspannend. Und daraus können wir dann ableiten, solange jetzt die Range-Phase noch intakt bleibt. Bleibt auch weiterhin zu erwarten, dass wir ständige Richtungswechsel bekommen. Wir brauchen erst einmal einen Ausbruch, egal in welche Richtung, um dann wieder besser trendkonform handeln zu können. Das heißt nicht, dass man nicht in Range-Phasen auch wunderbar Geld verdienen kann mitnichten. Das funktioniert sogar sehr gut, aber eine große Veränderung in der Analyse steht jetzt erst einmal nicht an, außer zu sagen, Range bleibt Range, bis sie dann mal gebrochen wird. Und somit müssen wir damit rechnen, dass der für Ranges typischer Handel weiterhin intakt bleibt. Interessant jedoch zu erwähnen ist, dass wir eine anhaltende Abwärtsstruktur jetzt haben. Ich habe es ja auch hier im Stundenchart über die abwärts verlaufende Trendlinie dargestellt. Also wir haben hier noch eine Abwärtstendenz. Und nach oben sollte sich eine Erholung im DAX in der kommenden Woche erst einmal fortsetzen, haben wir die Zone um 18.600 Punkte, wo sich dann eventuell ein neues Hoch ausbilden könnte, beziehungsweise sollten wir da peinlichst genau darauf achten, ob wir weiterhin eine Abfolge von fallenden Hochs bekommen und ob sich der DAX dann von dort abstößt. Denn interessant ist, wir haben auf der Unterseite ebenso eine Tendenz, beziehungsweise eine Abfolge von fallenden Tiefs. Und somit, weil wir diese Struktur haben, eine Abfolge von fallenden Hochs und Tiefs, haben wir jetzt eine Abwärtstendenz. Somit ist das wahrscheinlichste Szenario erst einmal noch das Short-Szenario. Wichtig wird es dann sein, was passiert, wenn die Nummer dann mal gebrochen wird. Also wenn der DAX erneut die 18.700 nach oben rausnimmt, beispielsweise in der kommenden Woche und dann im weiteren Verlauf auch die Attacke auf die 18.800 macht, schafft er dann letztendlich den Ausbruch nach oben und ist ein Ausbruch über die 18.600 schon ein mögliches Anzeichen für weiter steigende Kurse. Das wird dann halt wichtig werden, gerade dieser Hochbereich für die kommende Woche und gerade in Bezug darauf, dass der DAX jetzt erst einmal kurzfristig im Erholungsmodus ist und der Freitag ja sehr stark gehandelt hat. Dann gehen wir weiter auf den Wochenchart. Und der Wochenchart liefert jetzt kein besonders neues Bild, außer dass die negative Handelswoche jetzt wieder negiert wurde. Der Ausbruch auf der Unterseite scheiterte und somit bleibt weiterhin die Seitwärtsphase intakt und somit gibt es auch weiterhin nichts Neues zu sagen. Wir brauchen erst einmal einen Ausbruch, entweder nach oben oder nach unten, aber wir haben jetzt hier jüngst eine leichte Abwärtstendence schon drin, die sich eventuell weiter vortragen könnte. Wenn ich etwas tippen dürfte, dann würde ich eher sagen, dass der DAX nochmal probiert, auf ein neues Allzeithoch zu handeln, um dann entsprechendes Verkaufsniveau zu erreichen, um dann auch Stärke abzuladen und dann im weiteren Verlauf eine größere Korrektur einzuleiten. Das wäre durchaus passend, dass der DAX das dann entsprechend mal probiert, dass er versucht, hier auf ein neues Allzeithoch zu handeln und dass sich daraus dann eine größere Korrektur ergibt. Also das wird dann entsprechend durchaus spannend und vor allem dann auch wichtig, wenn er es dann schafft, auf ein neues Allzeithoch zu handeln, dass er die Chance bei einem neuen Allzeithoch auf der Short-Seite liegt. Das kann man aber sehr gut an den Trendstrukturen dann erkennen, in den untergeordneten Timeframes. Wenn wir dort eine Trendwende-Situation sehen, untergeordnet, dann kann es eine sehr, sehr gute Short-Chance sein. Wichtig für euch ist, falls ihr schon Short seid, dass ihr da nicht unbedingt rausfliegt. Wenn ihr da ein vernünftiges Konzept habt, was zu euren Risikoparametern passt, dann solltet ihr vielleicht eure Strategie da angehend anpassen, dass ihr nicht zwangsläufig beim leichten Überschreiten auf ein neues Allzeithoch da schon rausfliegt. Wäre eine Anpassungsmöglichkeit, aber immer da wichtig zu beachten. Erst einmal keine Anlageempfehlung und zweitens muss es natürlich zu eurer Strategie und zu euren Risikoparametern anpassen. Ansonsten habt ihr natürlich keinen Handlungsspielraum und müsst dann auch entsprechend agieren. Ja, das war es dann auch schon zum Wochenchart. Gehen wir dann direkt weiter zum Monatschart. Auch hier kein anderes Bild. Wir haben nach wie vor hier auf Monatsbasis eine Abfolge von steigenden Monatstiefs. Auch der Ausbruchsversuch auf der Unterseite konnte an dieser Struktur jetzt nichts ändern. Damit haben wir das Juni-Tief, das dann etwas tiefer liegt als das aktuelle Juli-Tief. Und somit haben wir auf Monatsbasis hier eine aufgerichtete Tendenz, was meine These so ein bisschen untermauert, dass wir eventuell nochmal einen Ausbruchsversuch nach oben sehen, bevor dann eine größere Korrektur eingeleitet wird. Typisch zur Saisonalität über die Sommermonate August, September bis in den Oktober hinein beziehungsweise bis zum Ende Oktober hier eine größere Korrektur zu sehen, um dann von dort aus die Jahresendrallye zu starten. Beziehungsweise die mögliche Jahresendrallye. Zu 100% kann man das ja natürlich nie sagen. Auf der anderen Seite müssen wir uns das Jahr 2021 anschauen. Das war ja geprägt von einer megamäßigen Seitwärtsphase. Da ging es ja ein Dreivierteljahr nur seitwärts. Und wenn wir dieses Muster hier entsprechend sehen, das ist jetzt schon viel zu weit vorgegriffen. Da müssen wir erst einmal abwarten, wie weitere Entwicklung für die zweite Jahreshälfte ist. Dann schauen wir direkt weiter zu den US-Indizes. Und hier bietet sich ein uneinheitliches Bild. Der S&P 500 und der Nasdaq voll in der Korrektur. Der S&P 500 hat die Marke von 5.500 Punkte unterschritten und hat das 38.2er FIBO bezogen auf den jüngsten Anstieg in diesem Jahr hingelegt. Und somit handelt der S&P 500 jetzt im Normalbereich der Korrektur. Er darf auch ein Stück tiefer kommen, bis in den Bereich von 5.300 Punkte. Das wäre sogar ein ideales Rücklauflevel, um dann von dort aus wieder in die Longen-Richtung einzudrehen, aus charttechnischer Sicht. Und für mich auch interessant, wieder im Investmentbereich tätig zu werden und dort wieder eine Schippe im S&P 500 ETF nachzulegen. Darum soll es hier aber nicht gehen. Aktuell, was jetzt wichtig zu erwähnen ist, ist, dass jetzt die Tagesabwärtsstruktur im S&P 500 weiterhin intakt ist. Und somit gilt jetzt kurzfristig erst einmal weiterhin die Short-Richtung. Wichtig ist jetzt, um ein Long-Signal zu generieren, dass wir mal einen positiven Tagesschlusskurs bekommen, der die vorherigen Tagesrufs rausnimmt. Und zwar halt einfach eine starke Tageskerze, die hier mal so Tagesrufs, also vorherige Tagesrufs rausnimmt und dann entsprechend natürlich auch eine Kontinuität auf der Oberseite. Das könnte dann ein gutes Anzeichen dafür sein, dass die Korrektur dann beendet ist. Der Dow Jones macht es wesentlich besser und punktgenau, beziehungsweise nahezu punktgenau, im Rahmen seiner Struktur. Der Dow Jones hat ja die Marke von 40.000 Punkte mit einem schönen Anstieg der Dynamik nach oben gebrochen. Dann erfolgte in der letzten Woche, beziehungsweise in der ersten Hälfte dieser Woche, ein Rücklauf auf diese Zone, also auf die Zone von 40.000 Punkte. Und am Freitag gab es dann eine starke Erholung, die dann schon ein Long-Signal generiert hat für möglicherweise weiter steigende Kurse in der kommenden Woche. Aber wir haben ja Big News in der kommenden Woche und da können die Karten auch sehr, sehr schnell neu gemischt werden. Aber der Dow Jones jetzt aktuell positiv und der Dow Jones hat ja auch einiges noch nachzuholen gegenüber dem Nasdaq. Der Nasdaq ist der Schwächste im Bunde und der hat jetzt Stärke auskorrigiert. Er handelte jetzt im Bereich der Marke von 19.000 Punkte und dann auch im Bereich des 50er Fibos, bezogen auf den Anstieg von diesem Jahr. Und somit hat er jetzt so nahezu die maximale Ausdehnung einer normalen Korrektur erreicht, aber er hat noch ein bisschen mehr Platz auf der Unterseite bis zum 61.8er Fibo. Wenn wir jetzt hier einfach mal die identischen Punkte wie im S&P 500 ansetzen, also jetzt hier der Bereich des letzten Hochs hier, wäre dann hier im Nasdaq das 61.8er Fibo und im S&P 500, habe ich es ja auch noch nicht eingezeichnet, hier wäre dann das der Bereich des 50er Fibos beziehungsweise bei 5.300 Punkte und das wäre durchaus nochmal als Potenzial auf der Unterseite zu nennen. Und auch hier gilt analog zum S&P 500, die kurzfristige Tagesabwärtsstruktur ist weiterhin intakt. Das bedeutet, wir haben weiterhin eine Abfolge von fallenden Tageshochs und solange das so bleibt, wird der Nasdaq auch noch weiter fallen. Solange gilt dann weiterhin die Shortstruktur. Man sieht es zum Beispiel gut hier an dieser Stelle nach der letzten Korrektur, als dann das Muster gebrochen wurde und dann mal das relevante Tageshoch bullisch rausgenommen wurde. Das leitete dann die nächste Rallye ein und das ist dann die klassische Trendwende-Situation, die wir dann auch sehr gut in den untergeordneten Timeframes ausmachen können. Vorausgesetzt, ihr seid inzwischen Experte der Trendanalyse. Wenn ihr mehr über die Trendanalyse und der daraus ableitbaren Szenarien beziehungsweise Handelsentscheidung lernen möchtet, dann schaut einfach meine Livestreams und da handle ich am untergeordneten Timeframe und das, was ich euch da erzähle, das lässt sich auch wunderbar auf höheren Timeframes anwenden. Das dann soweit zu den US-Indizes und damit schauen wir auf die Szenarien für die kommende Woche und im Prinzip habe ich es ja schon gesagt und es gibt auch nicht viel Neues zu berichten gegenüber der letzten Woche. Wir haben jetzt erst einmal Rangehandel und solange der Rangehandel intakt bleibt, müssen wir halt mit ständigen Richtungswechseln und auch mit ständigen Strukturbrüchen rechnen. Also, dass etablierte untergeordnete Trends auch sehr schnell gebrochen werden und typischerweise sind das dann Dreiweller-Strukturen, also ABC-Strukturen, die dann schnell dann auch mal wieder gebrochen werden und das ist halt einfach ein Charakteristikum von Rangephase. Somit gilt weiterhin unten Long, oben Short. Auf der Oberseite wird es dann halt, wie gesagt, interessant, ob jetzt hier die Tendenz von fallenden Hochs und fallenden Tiefs gebrochen wird in der nächsten Woche und ob dann die Zone um 18.700 bis 18.800 Punkte nochmal erreicht wird und was der DAX dann hier oberhalb der 18.700 Punkte macht, ob es dann schafft, die 18.800 rauszunehmen. Sollte der DAX die 18.800 rausnehmen, dann sollte er eigentlich auch so ziemlich bis zum aktuellen Allzeithoch durchschlagen können, sind ja dann nur 100 Punkte und da wird es dann interessant, ob er dann ein neues Allzeithoch markieren kann und vor allem, ob er sich dann auf diesem Niveau etablieren kann. Und ich, wie gesagt, gehe davon aus, wenn er es schafft, auf ein neues Allzeithoch zu handeln, dass er es nicht allzu weit nach oben schiebt und dann auch relativ zügig wieder abkippt und so langsam dann August, September, Oktober die größere Korrektur dann hinlegt, was dann saisonal wunderbar passen würde. Also ich rechne jetzt nicht damit, wenn der DAX auf ein neues Allzeithoch handelt, dass wir dann im Anschluss eine Mega-Rallye im DAX sehen. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht kommen kann. Also da gilt es dann, tagesaktuell genau zu bewerten und dann halt zu schauen, gibt es dann überhaupt Short-Signale? Das halte ich immer für ganz, ganz wichtig. Anstatt jetzt einfach blind irgendwie reinzuschorten, zu schauen, okay, sehen wir dann erkennbare Struktur, die in Short-Richtung weisen? Und das kann man ganz easy erkennen über die Trendanalyse. Ansonsten dann für die Szenarien für die kommende Woche gilt dann hauptsächlich erst einmal das Range-Szenario und dann so für beide Seiten im A-Szenario, erster Teil und zweiter Teil, ja, halt die gültigen Strukturen beziehungsweise die gültigen Szenarien. Entweder für das Long-Szenario A, erster und zweiter Teil, wenn wir dann nochmal einen Rücklauf sehen, beziehungsweise einen leichten Rücklauf sehen, dass der DAX sich sehr schnell stabilisiert und dann für das Long-Szenario wäre es dann wichtig, dass er zumindest hier die kurzfristige Struktur hält. Das bedeutet, dass er jetzt hier das Freitagstief nicht unterschreitet, auch wenn er jetzt nochmal in den Rücklauf übergeht, also jetzt erst einmal einen Rücklauf startet, dass er dann spätestens am Opening High vom Freitag Halt macht und dann in die Aufwärtsrichtung eindreht. Das wäre dann für das Long-Szenario A, erster Teil wichtig und für das Long-Szenario A, zweiter Teil, wäre dann halt nochmal erneut die Zone zwischen 18.200 und 18.100 Punkte interessant und wenn er komplett abkippt, dann wären wir halt schon voll im Short-Szenario und eventuell ergibt sich daraus auch ziemlich schnell auch das übergeordnete Short-Szenario. Dann weiter für die Short-Seite, das kurzfristige Szenario, das Short-Szenario A, erster Teil, wäre dann halt das, was ich für das Long-Szenario gerade beschrieben habe, also das erste Mal eine kleine Korrektur einsetzt und dann wäre halt wichtig, ob er die jüngste aufwärtsgerichtete Struktur, also die Tendenz von steigenden Tiefs, beibehält oder ob er dann das Freitagstief rausnimmt. Dann wären wir voll im Short-Szenario drin und ab der 18.200 haben wir dann die größere Unterstützungszone bis zur 18.000er Marke und ab der 18.000er Marke gilt dann das Long-Szenario B. Zweiter Teil, Short-Szenario A, wäre dann, wenn er sich stärker erholt und auch die Zone um 18.600 Punkte nach oben überwinden kann, dann haben wir ja hier die größere Widerstandszone zwischen 18.700 und 18.800 Punkte und Short-Szenario B wäre dann ausgehend vom aktuellen Allzeithoch beziehungsweise alles, was sich darüber befindet, angesiedelt. Mehr gibt es zur aktuellen schadtechnischen Situation im DAX leider nicht zu sagen, aber nichtsdestotrotz mit dem Input, den ich euch hier gegeben habe, könnt ihr durchaus sehr gute Handelsentscheidungen treffen und Rangehandel ist da momentan erst einmal angesagt. Daher bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes als euch einen hervorragenden Start in die neue Handelswoche zu wünschen. Natürlich Abo dalassen, wenn euch das Video hier gefallen hat, Daumen hoch, auch nicht vergessen und dann sehen wir uns dann hoffentlich im kommenden Livestream, sehr wahrscheinlich dann am Dienstag ab 9.30 Uhr wieder. Bis dahin wünsche ich euch selbstverständlich alles Gute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!